Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Car Duplication Glitch zeigen. Ja, für diesen Car Duplication Glitch braucht ihr keine persönlichen Kennzeichen. Das heißt, alle Kopien, die ihr erstellt, werden alle saubere Kopien. Ja, ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von eurem Freund. Ihr und euer Freund, ihr benötigt eine Agentur. Das ist wirklich ganz wichtig. Ja, in der Agentur braucht ihr auf jeden Fall dann ein Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt. Im besten Fall ist ein Weenie Easy Classic voll aufgetunet, weil er bis zum Verkauf 1,9 Millionen Dollar gibt. Und ja, in der Agentur Garage sollten ihr dann am besten noch LGs befinden oder halt Autos, die ihr nicht mehr benötigt. Und ja, wenn ihr dann eigentlich soweit alles habt und auch einen Freund habt, der euch dabei hilft, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, okay, ich zeige jetzt einmal, was euer Freund machen muss. Euer Freund, ja, muss sich einfach irgendein Auto anfordern, welches Auto ist, völlig egal. Euer Freund begibt sich dann in die Agentur. Er muss sich jetzt einmal verglitschen. Wenn er die Agentur dann angekommen, begeben wir uns dann einmal vorne zur Rezeption. Drücken dann einmal Steuerfluss nach rechts. In dieser Meldung bleiben wir. Hohne ist jetzt einmal die Zielmodus-Meldung, denn wir sind dann jetzt in einem Job für einen Titan drin. Ja, wie gesagt, wir sind in einem Job für einen Titan drin. Unser Freund muss uns dann jetzt beitreten. So, wir suchen einmal das Profil. Wunderbar. So, und ja, jetzt einfach nur die ganzen Meldungen, die jetzt kommen, einfach mit X durchspammen. Einfach nur mit X durchspammen. Dann wird unser Freund dann durch das Haus einfach fliegen. Wunderbar, ist perfekt. So, und ist dann euer Freund dann gespawnt. Dann einfach Interaktionsmenü öffnen, persönliches Fahrzeug anfordern. Dann kann euer Freund dann mal auf der Karte gucken. Das persönliche Fahrzeug müsste dann am Nullpunkt dann spawnen. Und wenn das der Fall ist, dann ist unser Freund schon verglitscht und kann sich dann zu uns dann begeben. Und können dann mit dem Duplizieren beginnen. So, es hat sich unser Freund sich dann verglitscht. Dann können wir jetzt dann auch starten. Wir fordern einfach irgendein Auto an. Aus welcher Garage, ist auch völlig egal. Dann warten wir, bis das Auto geliefert wurde. Unser Freund ist dann auch jetzt auf dem Weg zu uns. So, ist der Freund dann da, dann kann er einfach in unser Auto einsteigen. Mehr muss der Freund nicht machen. Er bleibt dann mit dem Auto sitzen. Wir gehen dann ein paar Meter weg. Wir fordern uns dann jetzt einmal die FATU an, als MC-Präsident registrieren. Und dann habe ich eben auch ganz vergessen zu erwähnen. Entschuldigung, auf jeden Fall. Ihr braucht auf jeden Fall noch einen FATU-Roller, wo sich der FATU-Roller befindet. Das ist völlig egal. So, ja, jetzt kriege ich natürlich gerade Benachrichtungen. Aber ihr seht, wir können jetzt die FATU anfordern. Einfach die FATU anfordern. Und falls jetzt der Fall sein sollte, dass euer Freund aus dem Auto rausfliegt, dann müsst ihr den Step dann nochmal wiederholen. Aber in meinem Fall fliegt der Freund nicht aus dem Auto raus. Das ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, jetzt begeben wir uns einfach in die Agentur-Garage. Einfach in die Garage reingehen, wo sich auch das Auto befindet, was ihr duplizieren wollt. So, in meinem Fall steige ich dann jetzt hier in den Easy Classic ein. Der bringt dem Verkauf am meisten Geld. Dann drücken wir auf R2. Und da unser Freund ist in unserem Auto drin sitzt, können wir jetzt ganz einfach mit dem Auto in der Garage rumfahren. Und nun müssen wir einfach nur die Fahrerseite einmal blockieren. So, haben wir dann die Fahrerseite blockiert, holen wir uns dann einfach ein anderes Auto. Und müssen mit diesem Auto dann einmal die Beifahrerseite blockieren. Das hat einfach auch diesen Sinn, dass wir dann einfach ins Auto teleportiert werden. Wenn wir dann gleich Dreieck drücken. So, einen Moment. Einfach dagegen fahren, aussteigen. Jetzt können wir einmal testen. Wenn wir Dreieck drücken und Auto teleportiert wird, ist es bei mir der Fall, ist es auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir jetzt einfach zum Garagenausgang hin. Und nun müsst ihr einfach nur Dreieck und X gleichzeitig drücken. Und dann werdet ihr draußen mit dem Auto spawnen. So, wunderbar. Seid ihr jetzt draußen gespawnt. Dann öffnet ihr einfach nur das Handy. Mechaniker anrufen und ruft dann einfach den kostenlosen Elegy aus der Agentur Garage an. Oder halt ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. So, ich gehe auf die Agentur Garage. In meinem Fall nehme ich ein Auto, was ich nicht mehr benötige. Habe ich hier noch irgendwo noch ein Auto stehen. So, einfach dann mit X bestätigen. Also, wenn ihr das Fahrzeug dann bestätigt habt, 10 bis 15 Sekunden später, sollte dann euer Freund einmal aus dem Auto aussteigen. Das Auto wird dann verschwinden, wenn unser Freund dann aussteigt. So, er ist ausgestiegen, Auto ist verschwunden, ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt müssen wir einmal ganz kurz warten, bis wir einen Anruf bekommen von dem Mechaniker. Und dann können wir auch unsere MOC anfordern. Wir fordern einfach die MOC an und begeben uns dann einfach dorthin. So, sind wir dann hinten bei der MOC angekommen. Einfach hinten ran fahren, steuere kurz nach rechts drücken. Fahrzeuglager Vollmeldung nehme ich jetzt in dem Fall einfach an, weil ich da ein Fahrzeug drin stehen habe. Und schon habt ihr die erste Kopie fertig. Und ja, wenn ihr jetzt die zweite Kopie machen wollt, zeige ich jetzt auch euch, wie ihr das macht. Ihr steigt dann einfach wieder in das Auto jetzt ein, was ihr euch gerade dupliziert habt. Begibt euch den mit dem Auto dann wieder zur Agentur. So, ihr lasst dann euren Freund einfach wieder in das Auto einsteigen. Ist der Freund eingestiegen, laufen wir wieder ein paar Meter weg von dem Auto, so dass wir dann unseren Fancho wieder anfordern können. So, wunderbar. Der Freund wurde nicht aus dem Auto geworfen, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt gehen wir einfach wieder in die Agenturgarage rein, wo sich auch das Auto befindet. So, und dann wiederholen wir den Step einfach nochmal von neuem. Einfach in den Easy dann einsteigen und dort einfach dann die Fahrertür wieder blockieren. So, habt ihr dann die Beifahrerseite dann auch blockiert. Dann können wir es wieder testen. Wir werden ins Auto rein teleportiert, ist auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir wieder zur Garage, drücken wieder Dreieck und X gleichzeitig. Landen dann wieder draußen vor unserer Agentur. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt mal noch ein Allergy gekauft. Ich wollte nämlich jetzt kein Auto mehr aufgeben. Dann fordern wir jetzt unseren Allergy an. Einfach den wir aufgeben wollen. Einfach Mechaniker. Anrufen. So, sagen wir jetzt unserem Freund Bescheid. Nach ca. 10 bis 50 Sekunden kann er dann wieder aussteigen aus dem Auto. Und sobald er ausgestiegen ist aus dem Auto und das Auto dann verschwunden ist, warten wir dann einmal auf den Anruf von dem Mechaniker. So, da ist der Anruf von dem Mechaniker. Perfekt. Manchmal kann es auch einen kleinen Moment dauern. Dann können wir jetzt unsere MOC ganz einfach anfordern. Wir geben uns dann dorthin. Fahren dann wieder hinter unserer MOC. Steuerkort nach rechts drücken. Fahrzeuglager vollen Meldungen nehmen wir an. Jetzt wandert dieser Easy, der jetzt in der MOC drin steht, steht dann jetzt in der Agentur drin, wo eben der Allergy stand auf dem Platz. Und ja, so könnt ihr die ganze Zeit weiter und weiter duplizieren. Wie gesagt, ihr braucht auch da kein persönliches Schatzkennzeichen. Alle Kopien, es werden alle saubere Kopien. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.